Und damit ein freundliches Willkommen zu meinem Kanal GAMINATION TV, meine lieben Zuschauer. Ich habe jetzt unfreiwillig, muss ich sagen, eine Pause eingelegt, eine sehr, sehr lange Pause, denn ich komme jetzt gleich zu dem Thema. Erstens einmal, wie war denn euer Weihnachtsfest, wie war Weihnachten bei euch und Silvester? Ja, ich kann ja sonst ein extra Video dazu machen, wie mein Weihnachten und Silvester war, wenn ihr das denn möchtet. Aber ich möchte jetzt eigentlich zu einem anderen Thema kommen, und zwar, ich möchte erklären, warum ich überhaupt eine Pause gemacht habe. Das war nicht freiwillig, das ist einfach so spontan passiert, weil leider ein riesengroßer Virus auf meinem Computer installiert wurde, natürlich heimlich im Hintergrund, ne? Und ein guter Freund von mir hat mir geholfen, diesen Virus zu beseitigen, händisch natürlich, ne? Und ja, und dieser blöde Virus hat Soundmixer geheißen, dieses Schwein. Ich meine, da kommst du ja zuerst nicht drauf, ne? Aber wir haben ihn gefunden und jetzt ist es natürlich weg. Dann habe ich mir gedacht, ja super, jetzt kann ich endlich wieder aufnehmen. Und was ist dann passiert? Dann habe ich Zahnschmerzen bekommen. Und zwar, das ist jetzt wirklich, das ist kein Witz, ich kann sonst ein Beweisfoto eigentlich auch zeigen, müsste ich eigentlich noch auf dem Handy haben. Ganz kurz, ganz kurz, ich habe übrigens Samsung Galaxy S5, das Handy, ne? Also, ne? So. Jetzt muss ich das erste Mal kurz finden. Es beweist, da, 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 da. Da ist der Beweis. Ich hoffe, man sieht es. Seht ihr? So ein, also so eine fette Beule hatte ich hier. Oder hatte ich es hier? Ne, ist ja wurscht. Auf irgendeiner Backe halt eben. Ähm, ja, hatte ich ne, ich weiß nicht. Und dann bin ich natürlich sofort zum Zahnarzt, äh, gelaufen, ganz schnell so. Ja, Herr, Herr, Herr Doktor, was ist denn los mit mir? Warum habe ich hier ne Beule? Naja, und zwar, ähm, es hat sich ne Bakterie zwischen Zahn und Zahnfleisch eingedrungen und hat dadurch diese Beule verursacht. Naja, auf jeden Fall hat er das dann mit einer Spritze, ja, ich, ich erspare euch die Details. Auf jeden Fall ist es dann wieder besser geworden. Ich musste dann halt eben noch ein paar Tabletten, also Medikamente nehmen. Das war sehr, sehr unangenehm. Ja, und, äh, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ja, okay, jetzt kann ich ja endlich wieder aufnehmen. Aber, dann hat mein PC einfach gesagt, nö, will er nicht. Denn dann hat ja der PC wieder ein Problem gehabt. Und zwar, dass der Computer komplett langsam war und nur die CPU-Frequenz war gerade auf 800 Megahertz. Das war gar nichts. Und, äh, ja, und Gott sei Dank habe ich das jetzt wieder hinbekommen. Und, ja, jetzt ist der PC wieder komplett heile und das war eigentlich die Story. Naja, und jetzt war halt eben noch Weihnachten und Silvester, da wollte ich nicht aufnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehmst du jetzt wieder auf zum neuen Jahr 2019. Und ich habe mir hier extra schon ein paar neue Let's Plays, also Projekte vorbereitet. Und da habe ich es mir aufgeschrieben. Und zwar, ähm, es wird weitergehen mit The Sims 3. Das ist ganz klar. Ne, mit unserem Philipp und unserem Chris. Ja, genau. Ähm, Life is Strange Before the Storm habe ich schon aufgenommen. Mit der Bonus-Episode noch Lebewohl. Das ist jetzt fertig. Wird aber jetzt noch halt eben hochgeladen, die letzte Episode. Und jetzt komme ich zu meinen neuen Projekten. Ähm, und zwar, was ich auf jeden Fall vorhabe, ist Mafia 3 aufzunehmen. Ich finde das Spiel einfach so geil. Allein schon die Trailer, die ich gesehen habe und so weiter. Und ich möchte das mit euch zusammen erleben. Ähm, mal schauen, wie ich. Mafia 3 zocke, wird bestimmt lustig werden. Und, äh, ja. Und, was ich jetzt auch noch vorhabe, ist meine ersten Horror-Let's Plays zu machen. Die mache ich aber natürlich selbstverständlich mit Webcam. Das heißt, ihr werdet mich so wie jetzt in der normalen Video ausnahmsweise mal auch sehen. Ähm, oben rechts oder unten rechts. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das einrichten werde. Auf jeden Fall mit Webcam habe ich vor Outlast zu zocken. Also, den ersten Teil mit Whistleblower natürlich. Und Outlast 2, wenn dann Outlast fertig ist. Und Liars of Fear. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Liars of Fear mit dem DLC Inheritance. Das habe ich auch noch vor zu Let's Plays. Also hauptsächlich jetzt einmal endlich Horror-Spiele. Die ersten und Mafia 3. Und noch, äh, wenn ihr es wollt, also ich habe auf jeden Fall vor, die Demo zu Shadow of the Tomb Raider, ähm, aufzunehmen. Einfach, um für mich selber ein Bild zu machen, wie ist das Spiel und so weiter. Und, ja, wenn es euch gefällt, das sehen wir dann eh in der Demo, dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, soll ich mir das Spiel kaufen? Sollen wir uns das, ähm, die Vollversion holen? Einfach unter die Kommentare schreiben. Und, äh, ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich habe jetzt erzählt, warum eigentlich die Pause war, die Unfreiwillige. Und, äh, ja, und meine nächsten Projekte. Und ich habe hier noch eventuell andere Projekte aufgeschrieben, die ihr sehen wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und zwar, ich hätte sonst auch noch Assassin's Creed Odyssey, also das neue Assassin's Creed. Dann hätten wir noch Far Cry 5. Und dann, wie gesagt, Shadow of the Tomb Raider, die Vollversion, wenn ihr das auch wollt. Ähm, The Crew 2 könnte ich euch auch einmal zeigen. Ist so ein Rennspiel, richtig geil, da kann man die komplette USA befahren. Ähm, dann Battlefield 5, der zweite Weltkrieg, wäre auch nicht schlecht, gar, also richtig geil. Und auch, was auch noch cool wäre, ist Mass Effect Andromeda, obwohl ich davon eigentlich nichts unbedingt was Gutes gehört habe. Ähm, naja, das sind halt eben auch noch Spiele. Ja, also, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und für die Geduld. Gut, ich nehme jetzt dann schon wieder 5,5 Minuten auf. Ja, also, ach ja, und genau, und wegen Watch Dogs 2, das hat leider irgendeinen Fehler. Also, ich kann die Mission nicht fortsetzen, warum auch immer. Ich habe versucht, das Spiel zu reparieren, hat nicht funktioniert irgendwie auf Uplay. Äh, es... Ja, ich weiß echt nicht, was da, was das für ein Problem ist. Auf jeden Fall wird Watch Dogs 2 der Wahl ausfallen, wenn nicht vielleicht sogar für immer. Ich werde versuchen, das Spiel zu reparieren, aber wie gesagt, das ist ja nichts Fixes. Ja, also, ist jetzt momentan eigentlich nur Sims 3, Life is Strange Before the Storm. Und wie gesagt, Mafia 3 kommt jetzt neu und Outlast, das habe ich jetzt auf jeden Fall vor. Ja, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, morgen kommen halt eben die ersten Endscreens, habe ich zumindest schon vor, von den neuen Projekten. Und, ja, und jetzt in die nächsten Tage, so, morgen oder übermorgen, werden dann jetzt wieder die Videos folgen. Jeden Tag ganz normal, wie ihr es gewohnt seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt bin ich aber wirklich weg. Euer Chrissy übrigens. Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Namen gehabt, also der Phil, der Kevin. Und, äh, ein Fan hat mich ja auch schon gefragt, übrigens, ähm, ja, wie heißt du denn jetzt eigentlich wirklich? Mein wahrer Name ist Christian. Und, äh, ihr könnt mich eigentlich ruhig Chrissy nennen, oder Chris. Meine Mutter nennt mich immer Chris, also Chris oder Chrissy. Ähm, ja, ich bin einfach der Chrissy. Also, damit wir das jetzt einmal haben mit den Namen, ne, weil das waren eigentlich alles Nicknames. Scheiß drauf, ich bin der Chrissy. Und, äh, ja, das erleben wir zusammen mit den Spielern. Jetzt aber echt, wirklich, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt, wir sehen uns bei den Let's Plays. Ciao. Piu. 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 Piu.